Moin moin liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Rainbow Six Siege mit Chemo Bullen. So, Favela Action. Guten Tag. Guten Tag. Die Feuerwehr nach oben. Müssten oben sein, so ich das höre. Hier sind sie. Alter, der Raum ist so geil zum angreifen. Ich hab das mal in dem Video ich bereits gesehen. Hier kannst du richtig Action machen. Oh, pass auf, Fenster sind schon offen. Im Nebenraum könnte man nämlich reingehen. Von oben droppen, rein droppen, das direkt nach draußen. Oder von draußen. Und dann von dort aus aufräumen. Ihr versteht den Plan? Ich hätte schon wieder fast ein Watcher gegeben. Wer ist Termite? Passt auf, ne? Fenster sind offen. Ich hab auch mal blind reingeschossen. Oh, da wird was aufgemacht. Ich hab auch mal blind reingeschossen. Oh, da wird was aufgemacht. Oh nein, ich hab doch... Oh nein, ich hab doch... Ich vergesse jedes Mal, dass ich keine Türen und Fenster aufmachen kann. Mit aufsprengen. Böhn hast du, äh... Ja, wo? Ja, wo? Hier, die Luke. Ich gucke hinter den hier runter. Bereit zum Durchbruch. Reingladung wird vorbereitet. Oh, scheiße. Nice. Kriegst du schon drin? Nein, aber ich wurde entschossen. Schau auf. Schau auf. Schau auf. Nice, der Raum ist außer. Das ist ein witziger Schimmer da. Haben wir Termite? Ich bin die Termite, ne? Nein, ich bin EQ. Achso. Wir schießen doch nicht. Haben wir auch von euch geschossen oder nicht? Da drüben ist ein Fenster auf. Hat den zufällig jemand? Wär ich in dem gelben Haus? Ja. Tür geht auf. Da gucke ich in dem Moment nicht mehr hin und dann kommt er wieder zurück. War er unten oder oben? Oben am Fenster immer noch. In der Sekunde, wo ich da nicht mehr hingucke, erschießt er mich dann. Wo war er wohl? Da ist weg. Es pisst mich an, du. Das ist so ein scheiß Unglück. Da ist er. Oh, da ging irgendwas auf. Oben siehst du ihn? Und da ist er drin. Das ist so ärgerlich. So frustrierend. Das ist so frustrierend. Das ist so frustrierend. Das ist so frustrierend. Wo er sich noch eingetötet hat. Ne, jetzt sterben wir. Ist was aufgegangen? hättest du einfach geschossen hättest du mit glück sogar zwei erwischen können im leben nicht der eine war die beine wieder die beine sind zu glück haben sie das nicht gepächt nun da die frost mal wieder ach mann dieser kill regt mich schon wieder auf ich habe das fenster im visier guckt da gefühlt fünf minuten hin denkt mir okay jetzt ist sie weg lauf zwei schritte kommt sie raus und tötet mich ich weiß nicht warum aber ich hab das gefühl ist jedes mal die gleiche ich weiß so dann machen wir mal hier eine falle hin begegnen hat sich kontakt zur geisel schon gesehen hier noch jetzt können sie kommen ich wünsche euch gute reißen zerstört und wohl eher von oben wie ich draußen mit scannen schon 230 punkte bei mir ist was bei mir war was unter dir bin unter dir du bist unter mir nicht die entfernung richtig schätzen könnte hier volle nordöstlich naja ich weiß aber ich kann die entfernung nicht schätzen in dem süden ist auch noch was kippen kannst du aus dem fenster weg machen wolle geht nicht habe ich die entfernung dafür die waffe dafür da kommt jetzt oben rein der seilt sich rein also ich scan seit fünf minuten gefühl ich habe ihn ich bin da und ja aber ich habe auch geschossen kannst du zu machen warte ich höre was wollte gerade termiten da hat man meinen strom zerstört direkt bei der geisteten dran hier ist was möchte ich auch noch ein gegner übrig das war doch mal gar nicht so hat sie nicht gesehen oder was das war nicht schlecht das war nicht schlecht es war knapp bei mir aber es war nicht schlecht ich kann gerade schlecht das letzte wäre hier sicherlich auch mal interessant weiter definitiv nur gut wenn wir genug zum aufmachen haben dann weiß ich mal dann nehme ich den kapital mal ein bisschen an den neuen charakter gewöhnen bevor ich nicht mehr spielen kann jeder andere ja wenn sie nun bitte welches bild welches bild ich kann es nicht ich finde das nicht fair dass sie so auf geile gesichtet ich habe den weg gefunden zur treppe ist das ist der raum in dem wir vorhin eins über dem messer labor man könnte auch sagen das zählte das zählte das zählte wir gehen viel Rote Seite. Grün, 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 grün. Bei grün. Um, 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 um. Genau. Genau. Leckt mich doch am Arsch. Wenn zwei billige Seifen abgegeben, hab mir einfach mal einen Header gedrückt. Kein Problem. Hier ist Castle. Hier ist Tatschanka. Hey, ich kann nicht drücken. Auch jemanden, der das rote und das grüne Gebäude abdeckt. Grün, du wärst prädestiniert dafür. Wohin soll ich gehen? Die, die Schausse da drüben. Rechts würde ich jetzt abdecken. Mach die rechte Ecke auf, Kim. Ich mach beide auf. Ganz rechts, wenn du jetzt quasi ganz rechts bist. Das ist der Tatschanka? Ja. Also hier. Ja. Dann war zumindest sein Stand im Gegend eben noch gewesen. Ich kann nur, ich hab nur keine Kamera mehr. Nachladen. Nachladen. Komm, Inu, du räufst es auf. Ich weiß es. Komm, Inu, du räufst es auf. Ich weiß es. Nein, nach links. In die Küche. Ja. Die Reaktion war einfach geil. Das war eine Astreine Runde. War sehr wichtig, dass ich dabei war. Korrekt. So, bloß Action. Jetzt war ich erster. Aha! So, liebe Freunde. Jetzt geht's los. Vielleicht krieg ich ja auch mal noch ein bisschen was hin. Irgendwie funstert grad nicht so ganz. Alter, ich hab mit vier Kills bin ich letzter, weißt? Und der erste ist auch mit vier Kills. Du Opfer. So lächerlich. Okay. Dieser scheiß schwarzer Bildschirm. Pokémon, los. Go catch em all. Ey, Böhn, wie geht's eigentlich nicht damit? Da hat er inzwischen alle 100. Was meinst du? Hat er inzwischen alle Pokémon? Keine Ahnung. Der Hype ist auch ein bisschen verflogen inzwischen, ne? Der Geisel ist bedroht. Bereit machen. Habe ich so das Gefühl. Also, da war am Anfang mehr drin. Ne, das ist gut. Haha, freut mich. Ähm, hier sind noch Wände, die ich ruhig verletzt. Wo, 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 wo? Dort, hier, die, so, da sind zwei, zwei große Wände. Wo? Ich hab doch gepinkt, Mann. Da drüben. Ja, da drüben. Ja, da drüben. Ja, da drüben. Die Gegner haben Sichtkontakt zugehalten. Ja, da können sie sowieso durch ne Tür rein. Ich war grad zu blöd, diese scheiß Kamera zu treffen, ne? Kannst du nicht ausmachen. Als Schlagsensor aktiviert. Ei, Dios mius. Ei, Karamba. So, ich schau mal hier. Über uns ist was? Ja. Ja, sind alle über uns. Ich geh einmal nach oben. Einer ist hier neben uns. Feinde gefunden. Äh, sie kommen direkt. Rönen aus der Kamera raus. Ich suche nach Feinden. Jetzt hier aus, Brotten. Cash. Mhm. Hier, links ist von uns was. Oh, Kastner. Nö, das ist egal. Kommt jetzt. Wir sind hier drin gefangen. Hier drin, da hinten ist einer. Nö, du kannst nicht raus, ich sehe da. Und einer ist, einer ist jetzt quasi über dem anderen, über diesen Repo. Brotten hat uns gesehen. Brauch's hier. Komm halt. Oben. Ich bleib mal hier. Sensor eingesetzt. Der Typ ist immer direkt über euch. Einer ist rechts von uns. Da mein Deck. Einer kommt zu mir. Auch schütze noch. Hab ich. Der andere ist da hinten. Kommt bei der Castlewand. Quasi. Oh, ist er offen? Ja, ich hab jetzt ein Loch reingemacht. Hier ist er, direkt bei mir. Ich hab ihn gepinkt. Er ist ein bisschen weiter unten. Kim, du bist, dass du quasi bei ihm sagst. Boah, Alter. Ich hab ihn nicht gesehen. Guck mal, du musst mal aufpassen. Pass auf. Oh, Waffe. Oh, da ist was. Hallo. War auch ganz okay. Hey, ich bin mit einem Kills weitergeworden. Alter, ich hab fünf Kills und mit vorletzten. Und das nur mit 20 Punkten Vorsprung, wohlgemerkt. Ja, ja. Also nicht schlecht. Ja, liebe Freunde, das war's dann für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn's euch gefallen hat, lass doch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, Abo wird's nicht geil. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. May the fun be with you.